Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux Mein Pool Das Thema Ritterbogen ist ja so ein Klassiker bei Playmobil, ja? Aber ich meine, also die sieht nun wirklich spektakulär aus. Da brennt es ja überall. Ja, das hat einen guten Grund, denn das sind die Ritter von Novelmore. Und hier sind wir bei den Burnham Raiders angelangt. Das ist eine Fraktion in der neuen Ritterwelt. Und da erwartet die Kids einfach ein tolles, spannendes Abenteuer in der komplexen neuen Ritterwelt. Und da kämpfen die Schwarzen gegen die Grauen, oder wie? Ja, das sind die zwei Lager, die sich gegenüberstehen. Die Schwarzen, die Feuerritter, die Burnham Raiders, die nehmen es auf mit den Rittern von Novelmore. Und ja, ein bisschen die geschicktere Variante, wahrscheinlich ein bisschen cleverer auch. Und was die Erfindungen angeht, da ist einiges geboten so an Katapulten, an Maschinen, die die so erfinden. Also, ich glaube, da kann man sich auf ganz viele Neuheiten freuen. Okay, und was flimmert hier noch dazu? Das ist passend dazu die neue TV-Serie. Auch noch? Die gibt es auch noch. Die geht im Herbst an den Start in Deutschland auf Super RTL. Und da freuen wir uns natürlich, dass es uns gelingt, eine tolle, große Geschichte zu erzählen. Also, das wird spannend, auf jeden Fall. Absolut. Vielen Dank. Freuen Sie sich auch. Ja. Mach ich. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Die Joyeaux. Mein Pool.